Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute bin ich mein Pharma-Eck-Hätschen. Und yes, also ich möchte auf jeden Fall eine Aura oder ein Chor bekommen oder ein Lama. Und jetzt ist die Versorgung von dem Video an. Also mein Pharma-Eck hat dos, deswegen gehe ich jetzt zur Schule. Und bitte gehen jetzt damit und jetzt. Okay, ich bin jetzt in der Schule und werde jetzt trinken bzw. mit Pharma-Eck-Hätschen trinken. Und hier ist Aya, Leo's Game. Aya, auf jeden Fall. Ja, und hier ist Aya. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auf eine neue Aufgabe warten. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar müssen wir bald essen und schlafen. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen. Und jetzt. Und da steht immer noch Leo's Game. Fuck. Auf jeden Fall muss jetzt mein Egg essen. Ja, ich gebe ihn jetzt auch nicht in der Bowl. Yes. Ich gehe jetzt schon mal zu irgendjemandem nach Hause, damit mein Pet duschen kann. Weil gleich ist ja morgen und dann noch schon Pet duschen. Oder mein Egg duschen. Und so ist es. Oh ne, jetzt ziehe ich ein Haus raus. Abgesperrt. Und mein Egg ist noch da drinnen. Okay, ich gehe jetzt raus. Und ja. Oh nein, 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 nein. Jetzt kann... Oh nein. Mann. Jetzt kann er nicht mal duschen. Schade. Okay, er muss jetzt eh essen. Deswegen. Ja, was soll ich jetzt machen? Oh nein, ich bin so dumm. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch eine Aufgabe bekommen. Nämlich zur Schule gehen. Also mein Egg halt. Und ja, das mache ich jetzt. Es leckt ein bisschen, weil so viele Leute hier in der Mitte sind. Deswegen bitte nicht wundern. Und ja. So, wir sind jetzt in der Schule. Und ja. Es dauert hier eine gefehlte Ewigkeit, bis es endlich mit der Schule fertig ist. Deswegen mache ich jetzt mal einen Zeitraffan. Und jetzt. Okay, Leute. Es ist mit der Schule fertig. Und ich gehe jetzt zu diesem Adoptionscenter oder so. Und ja, ich telepotiere mich dahin. Und wie gesagt, ich wundern, warum ich lecke. Es sind zu viele Menschen hier. Und ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt zum Adoptionscenter. Oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier beim Adoptionscenter. Und auf Tic Tac meinten sie, man soll irgendwie da unten scrollen und auf das Bett drücken, was man haben will. Und in diesem Fall möchte ich die Eule haben. Und ja, darauf will ich jetzt drücken. Und dann passen wir auf das unten. Okay, darauf drücke ich jetzt. Ich habe jetzt gedrückt. Und jetzt muss man sehen, wir mit dem Sandwich flittern. Das mache ich jetzt. Und yes. Leute, ich bin so dumm. Ich dachte, es wäre die letzte Aufgabe. Aber nein, war es nicht. Jetzt muss ich nochmal die ganze Zeit warten, bis es Hunger hat. Und ja, wir sehen uns gleich. Oh mein Gott, Leute. Die letzte Aufgabe mit dem Essen ist gekommen. Ich klicke jetzt wieder die Eule an. Und mal gucken, ob dieser Trick wirklich funktioniert. Und yes. Ich glaube, ich habe jetzt genug angeklickt. Also ich warte mal. Nein, okay, es ist genug. Okay, ich fülle ihn jetzt mit dem Sandwich. Und hier. Ich werde auch Slumber aufnehmen machen, wie es dann schlüpft oder so. Und yes. So, wir haben jetzt einen Pick bekommen. Das heißt, dieser Trick hat nicht funktioniert. Ich bin nicht so ganz unzufrieden. Aber trotzdem hätte ich mir noch was Besseres gewünscht. Und ja. So, Leute. Das war's für mein Video. Wenn es Video gefallen hat, dann geben wir einen Like und einen Abo, wo ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und yes. Tschüss. Tschüss.